Grüß Gott, mein Name ist Pater Rolf Hermann Lingen aus Dorsten. Wir haben heute den 18. Januar 2024. Es gibt wieder ein neues Buch von mir. Diesmal Kirche Unzensiert, Pressemitteilungen. Das sind 250 Pressemitteilungen, die ich in den letzten 16 Jahren geschrieben habe. Das Buch ist erhältlich eben als Brind-Ausgabe und auch als E-Book. Diese Pressemitteilungen sind wieder zu verschiedenen Themen. Also zum Beispiel über Klimawandel, über Impfung, über Justiz. Und schon von daher und über den längeren Zeitraum auch gesehen, gibt es natürlich immer ein paar Wiederholungen zwischen den einzelnen Texten. Aber das ist auch eben Teil dieser Dokumentation von 16 Jahren. Und vor allem geht es darum, die Welt aus christlicher Perspektive zu sehen. Also wenn irgendwo ein Thema auftaucht, ob das eben Klimawandel ist, ob das eben Krankheit ist, ob das eben Justiz ist, geht es immer um die Frage, was sagt die Kirche, was will die Kirche. Und dieses Buch soll mit den zwar sehr vielen, aber für sich immer betrachtet sehr kurzen Texten eben schnell zu gewissen Themen Hilfe und Orientierung geben.